Willkommen zurück bei Elex. Weiter geht's. Wir machen einen kleinen Strandspaziergang mit Kaja. Akaji. Was das? Warte mal. Können wir da... Man lockt die trotzdem alle an, ne? Okay, das war knapp. Eigentlich hätte der mich erwischen müssen. Zum Glück macht der andere gerade Pause. Warum auch immer. Wahrscheinlich haben die sich gestritten und er dachte sich so, ja, ja, ich lass dich mal machen. Na, geht er da und? Ja, sehr schön. Das ist schon sehr schön mit hier, Kaji, ihrem vergifteten Schwert, ne? Dieser Schaden, der dann da noch runter tickt. Gut, die hatten hier gerade gesnackt. Vielleicht waren sie deswegen auch nicht so angriffslustig. Was gab's? Hm, Mensch. Hey, unfäll. Ja, machen wir gleich. Aber guck mal, hier gibt's doch tolle Sachen. So, was gibt's da oben? Da hinten haben wir noch irgendwas. Dann laufen auch welche rum. Ich weiß nicht, ob Freund oder Feind. Das lässt sich von Weitem immer so schwer erkennen. Das lässt sich sogar von Nahen schwer erkennen. Ah. Okay, nun Krittas. Äh, gut, dann wollen... Geht's da rein? Ne, sah so mühlich aus. Äh, gut, dann fragen wir die mal. Die sehen aber... Sehen die nett aus? weiß ich nicht. Hallo. Ich lass dich nicht allein. Nö. Wie gesagt, man weiß es immer nicht, ne? Tja. Verwandte. Da halt eine Konserve. Schnaps. Elexig. Da halt eine Konserve. Pädapis. Warum ist das noch rot? Ist hier noch irgendwo wer? Ne, jetzt ist weg. Aber was weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen dem Väterfiener. Hier ist irgendwo noch eins. Na, das hat doch grad noch Bock gemacht. Da. Na. Wie er ist nicht angeht. Okay. Okay, so ein kleiner Posten hier. Auch, man, die armen Schweine. Und dann kommen wir an und... Ja, okay, die haben angefangen, ne? Wir können auf Unschuld plädieren. Da ist ja, äh, Selbstverteidigung war. Hier ist nix, oder wie? Ah, das Wetter ist echt so doof. Es wäre schön, wenn wir jetzt hier so Sonne, ne? So ein richtig schöner Strandspaziergang. Na ja, vielleicht auf dem Rückweg. Ah, guck mal, es fällt auf. Oder ne, es fällt gar nicht auf. Wir sind unterm Felsen. Da geht's noch durch, okay. Ah, hier waren wir noch nicht, ne? Hier liegt auch was. Was ist das da? Elektroschrott. Warum liegt das hier? Ist vom Baum gefallen, oder? Ich dachte, ich guck mal, ob da oben irgendwas ist. Kann ja sein, dass er da hochklettern wollte und da irgendwas versteckt hat. Dann abgerutscht ist, oder so. Boah. Kriegen wir doch immer doller hier. Hm, schön nasse Zigaretten. Ob wir die noch verkaufen können. So, dann kletter ich hier mal hoch. Na, gibt's hier irgendwas? Was? Nichts? Hm. Man könnte von hier bis noch ganz oben auch irgendwie nass. Nein, immer erst höher noch. Können wir da rüber? Ich würde mal probieren, ob's klappt. Ja, das würde klappen. Okay. Machen wir jetzt aber erstmal nicht. Können wir vielleicht auch noch einen Rückweg machen. Wir gucken erstmal diese Höhle da. Na? Na? Das ist ja wer. Äh, warte mal, ich schieße ihn mal an, damit Kaji hier Feuer macht. Vorsicht. Vorsicht. Oh, alter. Nein. Da war ich nicht vorsichtig genug. Nochmal. So, Kaji. Mach nochmal, ich muss hier ein bisschen schneller sein. Was geht los? So. Das ist flink. So. Das hat besser geklappt. Dunkles Leder erhalten. Aha. Also, was haben wir denn hier? Alte Mine. Oder wie? Okay, cool. Nehmen wir doch mal mit. Ich hoffe, er war der einzigste Bewohner. Oh, krass. Hammer. Boah. Alter. Warum hat er den denn so zerteilt? Das sieht so aus, als hätte er den Sachen abgeschnitten und dann extra so ein bisschen auseinandergelegt. Danke. Ich will nicht wissen, was das für ein Fleisch ist. Ah, hier. Vielleicht machen wir uns gleich mal eine Fackel an. Ich will mal ein bisschen mehr sehen. Oh. Äh. Ja. Ich erkenne nichts. Was ist das für ein Ort? es ist so mega dunkel da wir gehen erst mal hoch und danach gucke ich mich da unten mal um meine fackeln gehen da drin immer aus ja vorsicht ach guck mal hier können wir pennen und eine kiste schön die nehmen wir das war nichts das war nichts so die beiden dann mal in die richtung so zu einfach und es gibt spalter nummer drei war noch wieder mal nicht tragen können zehn weine sehr gut und wieder mal eine öllampe weiß nicht wie viele öllampen ich mittlerweile habe es sollten einige sein wenn man eine runde pennen immer deine fackel wieder so wie können wir uns denn jetzt hier unten mal umgucken ohne dass hier ausgeht hier scheint aber nichts zu sein dass man hier auch nicht mal eine taschenlampe oder sowas findet in der gesamten welt gibt es keine taschen mehr weiß nicht ob die der der komet irgendwie alle taschenlampen vernichtet hat hier ist auch nichts mehr na gut dann können wir ja wieder raus es regnet immer noch der dritte tag in folge gut meinetwegen können wir dann mal hier rüber gucken wo wir da oben ankommen ob wir da schon mal waren und ansonsten würde ich sagen suchen uns danach einen neuen schnellreisepunkt den wir aktivieren beziehungsweise können wir gleich mal mit kaji quatschen ob sie denn irgendwie schon mal ihre eingebungen hatte wo sie jetzt hier meditieren will momentan ist ja irgendwie so ein bisschen lauter kommen wir hier doch nicht hoch oh nein ich konnte jetpack nicht aktivieren what the fuck ja du konntest ne warum konnte ich den jetpack nicht aktivieren ich hatte doch ein bisschen oh nein muss ich die höhle jetzt nochmal abklappern ach ne ich hatte gepennt alles gut so raus kommen wir da nicht hoch sollte auch irgendwie möglich sein jetzt muss ich niesen so wieder da ach meine nase lucht es ist auch sehr unwegsam hier ich warte mal eben wegen jetpack ein bisschen nicht dass wir hier gleich wieder einen abgang machen irgendwie da an der seite müssen wir mal gucken ob wir da müssten wir noch lang kommen irgendwo okay das sieht doch nicht so schlecht aus jetzt hier auf den vorsprung so einmal voll aufladen und dann geht's los nee er will nicht in die andere richtung probieren beziehungsweise vielleicht können wir noch von da und dann darauf wie das erstmal so ach guck mal hier da machen wir hier einen kleinen zwischenjob he 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 was war das und weiter juhu na guck mal das sieht doch schon anders aus hier jetzt ist die frage ob wir da oben überhaupt irgendwas finden was nützlich sein könnte was ist das können wir da noch drauf warte mal na okay ich glaube hier ist begrenzung wo sind wir denn zeig mal auf der karte ja wir sind hier an diesen riesigen berg da kommen wir gar nicht rauf hier ist noch irgendwas ich glaube das war dieser staudamm oder irgendwie sowas in der art ne was wir schon gesehen hatten mit wer hat denn das gemacht ja vorsicht nur radioaktivität wartet hier auf uns echt ach guck mal da na haben wir doch noch was gefunden katie wird sie hier meditieren ist doch ein schöner ort oder das wetter ist nur gerade scheiße wie sieht es aus wie geht es dir wie geht es dir alles gut danke der nachfrage jo wenn dem so ist dann können wir ja weitermachen hier geht es nicht rein okay nee dann müssen wir doch außen rum laufen schade schade beziehungsweise hier können wir jetzt selber spielchen nochmal machen hatten wir uns denn hier umgeguckt ja doch hatten wir ne hier kam der krit da raus ach ja wir sind dann da gut dann ist die frage wenn wir jetzt hier waren weiß nicht wollen wir das dann nochmal ne ja waren wir aber schon ich würde sagen wer ist hier crony dass wir dann ich weiß ja auch nicht wo du hin willst hier ist der eispalast da geht es glaube ich am ende hin na was haben wir hier noch so für südpass äh was firmengelände norderbesser achso konverter süd hat noch n ok hier haben wir auch noch wollen wir alte fabrik komm dann gehen wir mal zur alten fabrik erstmal das heißt dahin einmal teleportieren und von da aus runter dann schauen wir mal ob wir da was finden wer weiß was da hergestellt wurde das ist eine bestimmte klopapierfabrik äh warte mal oh gott was kam da gerade angelaufen den nehmen wir mal mit mal gucken ob wir den jetzt mittlerweile auch so besiegen können na der müsste ja relativ leicht zu besiegen sein wie die nun wollte ich gerade sagen aber ich glaube der ist ein bisschen schwieriger ja der ist nicht ganz leicht ich dachte das wars für mich warte mal das war ein schlag zu viel kaji ruht sich immer aus fall ein kampf ach guck mal kack wie lebt wieder es geht los kack weg ach es ist zu spät vorgucken auf mich ne so jetzt dürfen wir wieder schön kaji haben wir haben wir gut hinbekommen 400 erfahrungspunkte sehr gut ok wann war denn hier schon mal wenn der hier noch stand oder ist der hier wieder neu gespawnt oder haben wir den einfach übersehen sind hier min sieht gerade unminig aus sind hier überhaupt irgendwelche sachen tresor leer okay hier waren wir schon mal ach ja hier da erinnere ich mich dran irgendwie war da mal was erstaunlich dass das hier heute überhaupt noch da ist ja ja heftig ne so da hinten ist diese fabrik da unten das sieht aus jetzt wäre da eine zugschiene oder sowas wer hat hier gekocht ich weiß es nicht aber ich bediene mich hm na wo willst du denn so was ist das hier keine ahnung da so viele sachen hier warte mal wir gucken erstmal hier warte mal da ah nein schon wieder so einer ok ihr lieben dann würde ich sagen machen wir hier erstmal einen kleinen break ich wollte ja eigentlich in diese richtung aber warte mal ach na ich schufte wie ein verrückter und übrig bleibt nichts ja so ist das manchmal den kennen wir schon gut und hier geht es runter zu dieser fabrik ja ok da machen wir uns dann hin dann danke ich euch erstmal fürs dabei sein und wenn ihr Bock habt sehen wir uns dann in der nächsten Runde wieder bei mittlerweile über 200 folgen Elex what the fuck na gut bis denn bye bye